Und damit hallo, herzlich willkommen zurück zu Planet Centaurium mit dem Kamin und äh, ich muss mich entschuldigen, äh, ich glaube, letzte Folge war wahrscheinlich die Hintergrundmelodie ziemlich laut, weil ich weiß nicht, der mischt das irgendwie nicht richtig ab, also jedenfalls über Kopfhörer hat es sich gerade ein bisschen komisch angehört, also es könnte sein, dass in der letzten Folge der Ton ein bisschen lauter war, nur mal gucken, also vielleicht muss ich den Sound im Nachhinein irgendwie herinarbeiten, ich weiß zwar nicht wie, aber ich werde den schon auf jeden Ring. Oh, doch, das müsste eigentlich funktionieren, das müsste eigentlich hinhauen, ja, doch, das müsste klappen, ich weiß nicht, machen, äh, ja, was liegt heute an, also wir werden heute eine Klienatur nehmen, also machen, sollen, werden, tun, äh, wir wollen nämlich kicken, äh, ob wir irgendwann Lava biegen, also, das wird passieren, also, ich weiß nicht, wie lange dauert. Und da wir eine gute Picke haben, und, äh, wir haben 4.000 Seelen, also, falls wir eine gute Kiste finden, sollten wir auch bessere, äh... Was ist los? Du bist noch zu los. Äh, Waffen, bessere Waffen bekommen. Oh. Also, ab, jeder, der Peter. Ja, ist ein Peter. Hä, wie sind die Öllichter hier drin gekommen? Ich helfe euch. Bin ja netter. Ähm, so. Gut, äh, ich würde mal sagen, wir fräsen uns hier einfach durch, und dann machen wir irgendwann in der Mitte, äh, also, ab einer bestimmten Länge, machen wir denn, äh, eine kleine Unterbrechung, dass es nicht so tief ist, weißt du? Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wann ist so tief? Ist das jetzt schon zu tief? Ich lese, nee, ich mach das einfach mal so mal. Das wäre cool, wenn sie irgendwann noch einen Fahrstuhl nehmem. Ich will einen Fahrstuhl. Dann stellt sie hier oben drin, so Fahrstuhlmusik. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Okay. Das war ja fies. So, dann brauche ich hier nicht mehr runter. Er geht ja schon runter. Was ist denn hier los? Lasst es! So, und dann machen wir hier weiter. Und ich entschuldige mich schon mal, falls ihr über Labateuren sollte, weil die bohren schon wieder. Oder jedenfalls flunk abmachen sie hier. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Jedenfalls wird da Rumi schäupt oder gemacht und getan. So. Ja, eh, eh. Gut, muss ja von oben aussehen. Der Fallschaden oder so, müssen wir ja nicht freiwillig rausnehmen. So. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Hahaha. Schkönner. So, da ist, äh, gut, das ist bloß runter. Ein Eberkotten nach den Lavabionen. Gebt das nach Lavabionen? Ah. Ich weiß es nicht. Aber wie wir jetzt rausfinden. So, wir werden ja nicht hier, äh, rumlofen, links und rechts oder so. Nee, wir werden einfach hier runter. Ohne Umwege. Wie, äh, wie, äh, wie, äh, wie, äh, wie ein billigerer Sound. So. Na ja, wenn ich irgendwo den Soundabgreife, den einzigartigen nachteil sein könnte heute doch eigentlich so machen und neue sagt und jetzt ist schon gelang heißen na toll den bisschen schaden die kann man ruhig in kauf nehmen hier runter hier ist wasser aber hier ist eisen mit dem sound ich weiß es nicht kriegt man den vielleicht irgendwie download oder so ich weiß nicht das geht nicht was bist du? du bist erst mal nüchtern ach so weil keine energie keine energie keine energie so jetzt mach mich stolz okay ist nicht so ich weiß ich durfte an die rufklicken mit maus nicht gut ich wollte letztes mal noch tränke machen ja ich glaube ich wollte letztes mal noch tränke machen weil wenn wir runter buddeln wegen gefahr und so naja das übliche also ohne musik im hintergrund ist das auch ein bisschen ich muss mal hier noch mal richtig kicken ob das so hinhaut das ist mir so nüchtern wenn ich jetzt den sound drin mische das sind ja verschiedene biome die hören sich ja immer anders an ist da und mach mal kurz den sound doch an aber gib mal hier zwei das ist schon ganz schön ich muss dazu sagen ich habe jetzt meine kopfhörer nämlich oben über die tastatur einschlossen weil ich sag mal so mein sound anschluss funktioniert nicht mehr ich muss nicht drüber reden was ist das für ein jahr alter ich weiß nicht also genauso wie mein stuhl der ist nämlich gestern hoch also äh die hydraulik ist äh macht zum abschluss winke winke was ist das denn drauf alter jetzt kann ich den nicht mehr also jetzt jeder also er hat sich vielleicht eingekriegt aber gestern ich konnte ihn in höhe nicht verstellen beziehungsweise er ist runtergerutscht also du hast ja an der seite so eine Einstellfunktion dass du quasi hoch und runter zoomen kannst die hat gestern nicht funktioniert und ich muss sagen ich habe so die standarddeutsche Größe mit 1,80 1,81 also das sah jetzt dann aus als ob ich gestern getöpft wurde so saß ich auf den Stuhl es gibt nichts äh peinlicheres peinlicheres deprimierend als ein Erwachsenen so sitzen zu sehen aber irgendwie also jetzt wird jeder klar ich hoffe das hält nur noch weiter äh dieses Jahr das ist PC-Arsch Stuhl-Arsch alles Arsch okay New das ja für mich also jetzt hardware-technisch mäßig ja ja na was willst du machen so das ist Wasser das ist Wasser das sollte ich äh ich sollte in eine Richtung also ich will noch in die Bar gehen hier also da muss ich nicht sehen zum Eis und das nehmen wir natürlich mit wenn wir schon mal hier sind so das liegt ja schon tief also und wir müssen ja also wehen ja geradeaus runter also also mit ein paar Umweh aber trotzdem ist das ziemlich gerade ist das jetzt schon aber wie um nähte das gehen aber da ist Silber ich mag Silber so naja es wird um das Salz ne ich bruchte das Salz Achtung ab jetzt Entschuldigung ich hab mich vergiftet ich hol ihn wieder ja ne ist klar Ofenkopf der Penner Alter wir sind hier erst in diesem Biom krass warte mal ich muss mal husten Staub Alter weiter Stimmt jetzt geht mit die Geister los komm her ich hab da was für dich Luft Geister mögen keine Luft Wann mit denen eben Alter 11 Minuten buddeln Alter und immer noch kein äh Lava ich will Lava sehen ich will Lava sehen und vor allen Dingen ich will wissen was unter dem Lava ist nischt Luft das Ende Nirvana da Oh geht mal es hat mich ich wollte grad sagen es hat mich nicht erwischt und ein Herz doch erwischt so du kannst dir nicht im Wasser verstecken geht nicht Batman ja nee oh ach zu langsam ich kann erbauen was ist ein Witt für ein Witz naja hier ist vielleicht hier so eine äh du kannst an mich nicht vorbei dicke vielleicht muss ich in dem buddeln äh dass ich da runter komme erstmal muss ich hier treffen so gut dann bügeln wir uns hier erst rum dann ist auch kein Problem ich mach das doch gern dann kann ich den Kristall auch nicht abbauen wa ne geht das immer noch nicht hallo so das wird bis hier hinten gehen nö hier komm ich runter nö ach der ist ein Witz auf meine Kosten hier runter hier runter da geht ein Problem oh oh äh oh jetzt die war eine schnelle Heimreise ich nur noch ein bisschen Lebens dahin das soll nicht schaden na was was für eine Verschwindung ich mach das so gut das taucht mir zu lange ach das sind mit die Kisten ne das will ich nicht das will ich nicht ich liest doch was passiert das sind sogar drei aber ich würde doch irgendwie will ich das und ich würde nicht ich warte erstmal bis die Vergiftung geführt hat ja ne ist klar ich will die Vergiftung loswerden und äh was ist denn hier los ich will doch bloß hier äh die Quest fertig machen eventuell aber ich hab die zu sehen so die ist schon offen ok warum ist die schon offen die ist lockt und da ist Monster auf Garantie hm wie kommt denn da jetzt ran ich bin jetzt hier rumgesprungen hier ist kein Schalter ist hier hinter ein Schalter kann ja sein ein Schalter versteckt oder so wirst du hm es ist auch kein Schalter es ist einfach bloß da ich glaub wir haben einfach bloß die richtige Kiste erwischt naja dann lieber mal hier runter war ja runter geradeaus runter hast du gesagt Gabi keine umwehe ist doch gut ich mach das schon mit dem Sound ich glaub das ist bloß über Kopfhörer so wie gesagt das dumme ist ich kann das nicht nachreden weil ich hab bloß eh ne Tonspur ne ich glaub hier war ich schon mal oder in meinem privaten Spiel alle Bede möglich wollen wir trotzdem wollen wir es könnte auch ein schnelles Ende sein also ich wär für jede Schandrat bereit ich sag mal ja komm was soll's ja hier war ich schon ich kann schon mal so sagen es ist nicht gut geendet schon deswegen weee und drin upsie na gut na gut dass ich so viele Tränke mit bei habe wenn ich jetzt äh genau jetzt wird nicht gut laufen weil mein Zinken der juckt schon wieder flup flup dann dann wir hier so ein Tambo machen so wo ist der nächste dann ich steh hier total ungünstig ich steh das boah alter ne ich hab keine warte mal ich muss mal hier die Seiten wechseln weil das ist nicht fair warum ist denn die andere Seite zu aber die ist offen bei dem eh ja ist in welche Richtung ich sterbe oh alter ja ja na komm das ist ein bisschen Nachteil mit dieser Waffe weil äh die ist nicht so einhundertprozentig treffsicher sag mal hab ich die andere noch mit bei eigentlich müsste ich das das ist eine sehr gute Wahl die andere schlechte Wahl ist dass Lebensenergie ziemlich bescheiden ist naja abwarten und durch ne doch nicht und rüber und da und 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 wo ist denn das ich weiß dass ich hier so ein Dash machen muss ne da so ein Ding ist das na toll so das krieg auch hin war doch ja nicht so schwer so und das geile ist danach irgendwann äh wird ein Boss wieder kommen ja ne ist hallo hallo ich muss einfach bloß in Bewegung bleiben und das ist mein Problem boah alter das kannst du knicken Lebensenergie wo bist du da äh warum nimm ich den nicht ich weiss es doch nicht ich weiss dass es da ist aber ja das ist es denn auch Schungler so komm her eh Manu los komm du willst es ich will es Auge im Auge Auge im Auge Zahn um Auge Zahn um Zahn ich glaub ja der wollte nicht rennen der Penner ich hab auf rennen gedrückt der ist nie gerannt Schiebung Schiebung ich will es nicht reklamieren ich will es nicht reklamieren wie ich bloß mal gesagt haben so warte mal äh das ist Power I got the Power I got the Power Boah das sieht ein bisschen grünes 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 Kohl anders gesagt grünes Kohl so es geht runter und es geht hoch hab ich doch richtig gesehen oder? ja genau es geht runter da kann ich stehen bleiben und jetzt geht es wieder hoch ich lass mich nicht das mit mir machen da bin ich oh Alter das geht ja ach so ich verstehe also das ist keine Option die schieben mich raus die Penner ja vor allem wenn das von oben und von unten kommt bin ich dauer geknickt ach so Doppelsprung denn so naja so das da ja hat ja funktioniert ey du Penner komm will er hoch ich hab das doch grad erst rausgekommen so und durch das wird so tot enden ich bin am Arsch Marie guck mal guck mal ja ist doch gut ja ich wies ja 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 toll schön ich bin da noch rüber so gut fast tot ich warte mal ein bisschen wa und sonst wie jetzt äh was habt ihr heute vor wahrscheinlich hoffentlich nicht nichts und so weil das könnte wird vielleicht eine Weile dauern zwinker zwinker rüber 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 zahl genau fünf hp aber da ich da jens wie sachen davon habe ist das alles nicht so schlimm schlimm schlimmer ist eher das 40 hp das ist so natürlich nicht schlecht also ich sag mal so alle was mir hp ist generell nicht schlecht stopp oh nicht rennen nicht rennen äh ich werde das jetzt ausnutzen ich bin fast tot und ich habe auch nicht mehr so dass ich sagen kann ach ja pfff scheiße das ist ein das spiel wird ja so das ist äh ich habe nie gesagt Alter bleibt da stehen das war nicht der letzte zum ich dachte echt jetzt ich brauche einen bummerang ich brauche einen bummerang aus Eisen oder sonst irgendwas ob Schaden machen tut ob Schaden machen tut aber eben halt äh nicht so viel ausaust weißt du ok tot ich hab doch welcher funktioniert als ich gedacht habe und will er zurück ja ich bin so so und ihr ihr bleibt ja ganz nett stehen ist ja toll und gehen wir den um den Sack oh Alter die Geister die sind oh ein bisschen nervlich Alter 5.000 Seelen komm runter komm runter nein das wollte ich nicht wieder mal nimm das nimm das und das hm der hat was zeigen lassen eine da 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 Oh, Kiste. Immer so eine Steine. Und bauen. Und keine Banane. Sieht aus wie Banane, ist nicht Banane. Hab ich gelernt. So. Ja, nee, ist klar. Erkenne das Muster. Und lebe. Versuche zu leben, wenigstens Kavi. So. Äh. Alter, 26 Minuten, Alter. Ich krieg schon hier Angstschweiß. Hui. Oh, nö. Ich will keine Horde. Ich bin Anti-Horde. Ja. Trinken, trinken, trinken. Ballern, 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 ballern. Wartet. Nee, den fahrt noch nicht. Wir müssen noch immer trinken. Alter, was für ein Peller. Ja, ist doch gut. Ist das jetzt vorbei? Kann ich die Seen jetzt einsammeln? Alter, guckt euch das an. Geht weiter. Ich hab's mir verdient. Ist halt meiner. Gebt rüber. Schiebt rüber den Lachs. Komm ich nicht an. Hä? Mehr ist das nicht gewesen? Ich hätte jetzt gerechnet, dass das mehr ist. Gut, da ist das, das pinken da, das pinken da, das pinken da. Ich gucke mehr Lebensenergie. Bisschen mehr. Und durch, und spring, und durch, und spring, und durch, und spring, und durch. Ich war bloß eh mal getroffen. Ob das gesehen? Ich möchte bitte ein Festhalten haben, ne? Oh, nee, ist klar. Hallo, Jude. Oh, nee, ist ja gut. Äh. Und durch. Oh, nee. Jude, er ist dumm. Er bleibt da stehen. Ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass ich hier... Jude, die kann mich... Die kann mich nicht bis da bewählen. So, Alter. Ja, jetzt komm du auch noch. Alter, ich krieg diese. So, ich hab auch verdient. Das hab ich mir jetzt auch verdient. Ich war zu gierig. So, warte mal. Ich nehm mir mal eh mal so'n... Schmackofatz. Ich muss so weit... Ich wollt grad sagen, ich muss so weit der Gegner kommen. Hm, dann hätt ich mir meine Klappe halten. Ja, ja, ich wusste... Da, Batman, oder... Was ist das denn? Ein Magier. Ha, ha, ha. Ich bin so am Arsch. Ich ist kein kleiner Gegner. Ich ist ein richtiger Boss. Ich möchte den Groß mal erwähnen. Und Ritz und Geister. Willkommen zu Hause. Alter, ich würd mal sagen, für diese Gegner sind wir, äh... Minimal zu schwach. Ein bisschen. Aber ich hab ne Weile ausweichen können. Ich würd mal sagen, in den nächsten Fall hier jemand nochmal runter machen. Rubik. Ich werd jetzt mal Knillpäuschen machen. Also, bis dennne. Tschüss.